Für die zwölfjährige Sera von der Käthe-Kolwitz-Grundschule hat sich das frühe Aufstehen durchaus gelohnt, denn für den 40. Drumbokap ließen sich die Torhüterin sowie eine weitere Mitspielerin eigens um 6.30 Uhr von der Klassenfahrt abholen. Doch die Strapazen für die vermeintlich schönste Nebensache der Welt waren nicht umsonst. Im Finale parierte die Torhüterin zunächst einen Elfmeter und traf im Anschluss dann höchstselbst vom Punkt. Die Mission Titelverteidigung ist somit gelungen. Im Hinblick auf Gesten und Körperhaltung ähneln die Nachwuchskicker schon ganz den Profis. Beim Drumbokap begannen auch einst die Brüder Jerome und Kevin Prinz, sowie die Weltmeister Pirlit Barski und Thomas Sessler und Europameister Christian Ziegel ihre Weltkarriere. Eine Perspektive, die auch für Torhüter Julius, dessen Vorbild Gladbachs mag André Ter Stegen ist, durchaus reizvoll wäre. Das ist ja von allen eigentlich der Traum, aber ich weiß ja natürlich nicht, wie ich es schaffe. Der von der Commerzbank gesponsorte Drumbokap ist Deutschlands größtes Hallenfußballturnier für Grundschulen. Vor 1000 begeisterten Zuschauern in der Sömmeringhalle wurde wieder einmal hochklassiger und technisch anspruchsvoller Fußball geboten. Von dem mit Sicherheit auch Stargast, Vize-Europameister und Ex-Herrtana Anne Friedrich begeistert gewesen ist. Die Mühen und Anstrengungen im Vorfeld haben sich also voll und ganz gelohnt. Da ist eine ganze Menge passiert. Wenn man sich vorstellt, wir haben 354 Mannschaften, die hier im Turnurfinale dabei sind, seit November letzten Jahres. Heißt eine Riesenmenge an Organisation und Aufbauarbeit. Und das ein großer Dank an alle beteiligten Schüler, Lehrer, Helfer und Partner, die sich hier engagieren. Das braucht es nämlich, um sowas auf die Beine zu stellen. Im Finale der Jungen gewann in einem spannenden Match letztlich das Gymnasium Steglitz mit 3 zu 1. Das unterlegene Team der Waldgrundschule erhielt zudem den Fairplay-Pokal. Ich möchte in die DFB-Auswahl. Also ich bin in der DFB-State von Wannsee und in die Berlin-Auswahl kommen. Am Ende freuten sich die strahlenden Gewinner des 40. Drumbokaps. Zudem gab es noch eine Spende von 5000 Euro für den Berliner Schulfußball. Torhüterin Sera war beim Siegesfoto allerdings schon in der Kabine. Eine Ruhepause, die sich die Nachwuchskickerin nach diesem ereignisreichen Tag sicher verdient hatte.